Heiße Liebesgefühle und hitzige Wortgefechte begleiten uns durch die Woche. Es lohnt sich, konstruktiv zu bleiben, denn zum Schluss schenkt uns der Kosmos einen tollen Glücksaspekt. Außerdem wechseln die beiden kosmischen Großmächte Jupiter und Pluto die Richtung. Das wird spannend für unser Geld. Könnt ihr von den Konstellationen profitieren oder müsst ihr aufpassen? Das und mehr klären wir jetzt im Horoskop der Woche. Herzlich Willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zu den Tendenzen vom 7. bis zum 13. Oktober. Die Sonnenfinsternis ist ausgestanden und ich hoffe, ihr seid gut damit klargekommen, die eine oder andere Lektion des Karmas anzunehmen und zu verstehen. In dieser Woche haben wir eine steile Lernkurve, denn wir können viel lernen und verstehen. Wir können uns aber auch um Kopf und Kragen reden, besonders in der ersten Wochenhälfte. Und das wäre doch schade, denn dann verpassen wir möglicherweise die Chance, den kosmischen Glücksaspekt zu nutzen und uns besondere finanzielle Möglichkeiten zu erschließen. Voraussetzung ist jedoch, dass wir achtsam sind. Falls letzte Woche schon heiße Diskussionen begonnen haben, setzen die sich jetzt wahrscheinlich noch eine Weile fort. Das können wir sicherlich auch in der Politik beobachten. Die Ursache ist ein harter Aspekt mit Mars, der weiterhin im Krebs steht und die Tendenz bringt, schnell beleidigt zu sein und emotional zu reagieren. Mars steht quer zu Denker Merkur, zur Sonne und zu Lilith und entfacht schnell hitzige Diskussionen. Ob wir uns persönlich da hineinziehen lassen, das können wir allerdings ein bisschen steuern. Zum Beispiel, indem wir die 90-Sekunden-Regel üben. Diese geniale Übung hilft uns dabei, in angespannten Momenten, vor allem wenn wir uns persönlich angegriffen fühlen, die Ruhe zu bewahren und in unserer Mitte zu bleiben. Denn auch wenn wir Recht haben, lässt sich doch mit einem kühlen Kopf wesentlich besser argumentieren, als aus einer defensiven und emotionalen Haltung heraus. Mehr Infos zur 90-Sekunden-Regel findet ihr unten in der Videobeschreibung oder schaut euch doch einfach mal dieses Video an. Es gibt eine ganz wichtige Kraft, mit der wir Krieger Mars ein bisschen an die Kette legen und besänftigen können, nämlich die Liebe. Noch die ganze Woche über ist der Kampfplanet harmonisch mit Liebesgöttin Venus verbunden. Das bedeutet, in der Partnerschaft kann man so manche Diskussion einfach mit einer stürmischen Umarmung oder einem leidenschaftlichen Kuss beenden. Sollte das allerdings unpassend sein, zum Beispiel weil nun gerade im Kollegenkreis diskutiert wird, kann man sich dennoch auf Gemeinsamkeiten fokussieren und sich nochmal ins Gedächtnis rufen, was man eigentlich erreichen will. Denn es könnte ja sogar Spaß machen, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Deswegen nochmal mein Tipp, strittige Themen nicht persönlich zu nehmen, sondern aktiv nach Lösungen zu suchen. Für Singles, die auf der Suche sind, ist die Woche wunderbar zum Flirten, denn es kann ganz gewaltig knistern. Und dabei solltet ihr nicht davor zurückschrecken, Dating-Apps zu benutzen. Hier können sich spontan wirklich prickelnde Begegnungen ergeben. Vielleicht aber auch in völlig unerwarteten Momenten, zum Beispiel wenn ihr ungeplant mit Freunden eine Veranstaltung besucht und da schlägt dann der Liebesblitz ein. Oder ihr lasst euch auf ein Gespräch mit jemandem ein, der eigentlich überhaupt nicht in euer Beuteschema passt und merkt dann, dass es doch ziemlich funkt. Von dieser schnuckeligen Konstellation profitiert ihr besonders, wenn ihr die Sonne, den Mond, Venus oder Mars in den Zeichen Stier, Krebs, Jungfrau oder Skorpion oder auch Fische habt. Und wenn ihr jetzt denkt, warte mal einen Moment, das weiß ich doch gar nicht so genau, dann kann ich euch weiterhelfen. Besucht mich auf Instagram und kommentiert einfach Horoskop. Dann erhaltet ihr kostenlos einen schnellen Überblick über all eure Planeten. Zwei weitere mächtige Kräfte dominieren in dieser Woche und das sind Wohltäter Jupiter und Machtplanet Pluto. Jupiter wird am 9. Oktober rückläufig, während Pluto am 12. Oktober wieder in die Direktläufigkeit geht. Das heißt, beide Planeten entfalten während der gesamten Woche besondere Kräfte und werden wahrscheinlich auch die Finanzmärkte beeinflussen. Für eure privaten Finanzen kann das eine gute Woche sein, um eine vielversprechende Finanzpartnerschaft einzugehen oder eine Finanzierung zu erhalten. Oder um in eine Sache wie eine Firma oder ein Haus zu investieren, die vielleicht aktuell nicht so gut aussieht, aber viel Potenzial für eine Verbesserung und damit verbundene Wertsteigerung hat. Umgekehrt kann es auch die richtige Woche sein, um eine Finanzpartnerschaft, die nicht mehr passt, zu beenden. Für weitere Informationen rund um die Finanzmärkte empfehle ich euch die Angebote von meinem Mann, dem amerikanischen Wirtschaftsastrologen Ray Merriman. Er gibt einen kostenlosen wöchentlichen Finanzletter heraus, den ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Seine Services gibt es auf Englisch und Deutsch und ich habe euch auch die englische und die deutsche Homepage unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes verlinkt. Gemeinsam mit Ray habe ich ja den großen Jupiter-Report entwickelt. Der kann euch auch weiterhelfen, wenn ihr wissen wollt, wie der Wohltäter gerade in eurem persönlichen Horoskop steht. Und habt ihr schon euer Pluto-Horoskop? Das gibt es jetzt gerade mit 10% Rabatt. Ich möchte euch das sehr empfehlen, gerade in dieser Zeit, wo Plutos Wandlungskräfte so stark wirken. In diesem persönlichen PDF-Report erfahrt ihr, wie euch Pluto in den kommenden drei Jahren zur Selbstermächtigung und Erneuerung führen kann. Bestellen könnt ihr das Pluto-Horoskop über die Infokarte oder den Link unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Chiron, Symbol für den inneren Heiler, ist diese Woche erneut sehr aktiv. Er steht nämlich auch in Spannung zu Krieger Mars. Wir müssen also achtsam sein, andere nicht durch unbedachte Worte oder auch Handlungen zu verletzen. Möglicherweise ist sogar allgemein die Verletzungsgefahr erhöht. Hier ist vor allem die Zeit von Donnerstag, den 10. Oktober, bis nächste Woche Mittwoch, den 16. Oktober, ziemlich heikel. In dieser Zeit kann es Zusammenstöße geben, sowohl ganz konkret auf der körperlichen Ebene als auch psychologischer Natur. So ein Ereignis kann aber auch manchmal nötig sein, damit wir endlich etwas unternehmen, zum Beispiel zum Arzt gehen oder eine schon länger schwelende Angelegenheit bereinigen. Hier sind besonders diejenigen betroffen, die Planeten oder auch die Sonne in der dritten Dekade in den Zeichen Widder, Krebs, Waage oder Steinbock haben. Seid bitte achtsam und nachsichtig mit euch selbst und anderen und nehmt euch Zeit und Ruhe für eure Vorhaben. Und überlegt auch immer, hat die andere Person das wirklich so gemeint? Sind die Umstände wirklich gegen mich oder handelt es sich um eine Sache, die nichts mit mir persönlich zu tun hat? Wenn wir eine verständnisvolle Haltung dazu einnehmen, können wir damit besser umgehen. Parallel zu den Spannungsaspekten mit Mars erhält heiler Chiron auch kosmische Hilfe, und zwar von Glücksplanet Jupiter. Das heißt, wenn wir bewusst mit Themen der Verletzung und Heilung umgehen, wenn wir bewusst wahrnehmen, was vielleicht die eigentliche Ursache hinter einem emotionalen Aufruhr oder einer körperlichen Entzündungsreaktion ist, dann können wir Erkenntnisse erhalten, die zu einer wahren Heilung führen. Denn Jupiter steht auch für Philosophie und Erkenntnis. Erkenntnisse, die uns zunächst unter die Haut gehen, können uns vielleicht im Endeffekt weiterbringen, weil wir den tieferen Zusammenhang verstehen. Außerdem schenkt uns diese Konstellation Vertrauen und Optimismus, und das können wir immer brauchen. Am Wochenende erwarten uns fabelhafte Mondaspekte, aber auch noch ein wichtiger Planetenwechsel. Am Samstag aktiviert der Mond im Wassermann erst die inspirierende Lilith und dann Glücksplanet Jupiter. Das spricht für soziale Aktivitäten und Spaß mit spannenden Leuten. Sonntag können sich allerdings ein paar Pläne ändern, denn dann trifft der Mond auf Unruhestifter Uranus. Am Sonntagabend wechselt Denker Merkur in den Skorpion und bringt für die nächsten drei Wochen mehr Tiefe und Verbindlichkeit in unsere Kommunikation. Wir interessieren uns dann mehr für die Dinge, die unter der Oberfläche verborgen sind. Ich habe das hier illustriert mit dem Bild eines jungen Höhlenforschers, der sich in eine Grotte mit Skorpionen hineinwagt. Wenn man in die Tiefe geht, muss man natürlich bedenken, dass man vielleicht Dinge herausfindet, die nicht so ganz angenehm sind. Vielleicht tauchen auch Informationen auf, die unter die Haut gehen. Besonders intensiv wird das am Sonntag und Montag, denn Merkur provoziert bei seinem Übergang in den Skorpion als erstes den dunklen Pluto und der hat es gar nicht gern, wenn man seine Geheimnisse ausplaudert. Deshalb seid ein bisschen vorsichtig, wenn es ums Eingemachte gehen sollte und versucht nicht, jemanden zu zwingen, ein Geheimnis preiszugeben und plaudert auch nicht über Dinge, die euch andere anvertraut haben. Das würde jetzt nach hinten losgehen. Für alle, die gerne forschen, tiefenpsychologisch arbeiten oder vielleicht auch kriminalistisch interessiert sind, sind die Wochen mit Merkur im Skorpion natürlich ideal, um auf die Jagd nach Geheimnissen zu gehen. Zum Ende der Woche hin und noch bis zum 17. Oktober baut sich ein wunderschöner Romantikaspekt mit Venus auf. Das ist herrlich für alle, die verliebt sind und schenkt uns in festen Beziehungen Lust auf sinnliche Zärtlichkeit. Aber auch für die spirituelle Arbeit und für alle, die ehrenamtlich oder bei einer Charity arbeiten, ist das ein schönes kosmisches Geschenk. Wir empfinden dann eine starke Verbundenheit und Hilfsbereitschaft. Ihr seht, wir brauchen uns diese Woche gar nicht zwischen Liebe und Geld zu entscheiden. Wenn es gut läuft, bekommen wir eine Portion von beidem ab. Das waren meine Gedanken zu der 41. Kalenderwoche. Schaut doch in meinem großen Monatshoroskop für alle zwölf Sternzeichen vorbei, wie sich die Konstellationen für euch auswirken. Darin erhaltet ihr auch Tipps und Ideen für den kommenden Vollmond. Wir sehen uns hier wieder in der nächsten Woche. Alles Gute mit den Sternen!